Ja, hallo liebe Italien-Freunde. Ein sehr, sehr wichtiger Tag geht heute zu Ende und zwar es hat einige Änderungen gegeben in Italien. Die erste große Änderung ist, dass der Ausnahmezustand, der ja eigentlich am 31. Dezember ausgelaufen wäre, noch einmal verlängert wurde und zwar bis inklusive 31. März 2022. Das heißt, noch einmal drei Monate länger Ausnahmezustand, der gilt ja schon fast zwei Jahre. Ende Jänner 2020 wurde erstmals verhängt und nun nochmals verlängert. Was bedeutet dieser Ausnahmezustand? Der gilt jetzt nun schon zwei Jahre, also Urlauber merken davon relativ wenig. Das ist eher ein politisches Instrument. Die Regionalparlamente werden ein bisschen entmachtet. Mehr Befugnisse gelangen zur Regierung und die können relativ rasch mittels Dekreten neue Verordnungen umsetzen, ohne da groß den Parlamentsprozess durchlaufen zu müssen. Das ist natürlich für eine Regierung relativ bequem und in einer Pandemie muss man ja auch ziemlich rasch reagieren. Das Ganze mündet dann eben in Verordnungen. Eine davon wurde ebenfalls heute erlassen und zwar vom Gesundheitsminister Roberto Speranza. Der hat eine Quarantäne-Verpflichtung für alle ungeimpften Einreisenden aus der EU verhängt. Das heißt, also alle EU-Länder plus Schweiz, also die Schengen-Länder, können nach Italien einreisen, müssen allerdings dann eine fünftägige Quarantäne beginnen. Wer außerhalb von der EU kommt, muss eine zehntägige Quarantäne antreten und das ist einmal die Regelung für die Ungeimpften. Also da hilft der negative Test auch nichts. Also dem wird offensichtlich nicht vertraut, warum auch immer das jetzt auf einmal anders ist. Bis vor kurzem war der Test noch ja okay. Jetzt fürchtet man sich vor der Omikron-Variante, die jedoch schon 37 Mal in Italien festgestellt wurde. Und wie wir, glaube ich, jetzt inzwischen aus der Vergangenheit wissen, lässt sich da so eine Variante relativ wenig beeindrucken von irgendwelchen Grenzkontrollen, die dann ohnehin nicht stattfinden. Das einmal zur Begründung. Also begründet wird es mit dieser neuen Variante, die sich jedoch bestimmt nicht auflassen halten wird. Was ändert sich für Geimpfte? Auch für Geimpfte hat diese Änderung Auswirkungen. Und zwar Geimpfte müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Und das ist egal, ob sie einmal, zweimal, dreimal, viermal, was weiß ich, wie viele Impfungen schon haben. Sie müssen auf jeden Fall ein negatives Testergebnis vorweisen. Das heißt, es muss dieser Impfzyklus abgeschlossen sein. Wir wissen ja schon die Gültigkeit und so weiter. Das habe ich ja schon in mehreren Beiträgen erwähnt. Das heißt, wenn das wieder länger als neun Monate her ist, der Zweitstich gilt man sowieso als ungeimpft, unabhängig vom Antikörperstatus. Also da sieht man auch, wie absurd das Ganze ist. Und die Geimpften müssen dann, also die mit aufrechten, gültigem Impfzertifikat, ganz unabhängig davon, wie aufrecht das ist, müssen eben einen negativen Test vorweisen. Das kann ein Antigentest sein. Der darf bei Einreise nicht älter als 24 Stunden sein. Das ist eben auch neu. Hier wurde die Zeit verkürzt. Oder ein PCR-Test und hier ist die Gültigkeit gleich geblieben bei der Einreise mit 48 Stunden. Das hat sich geändert. Wichtig ist noch, ab wann gilt diese Verordnung. Sie tritt bereits übermorgen in Kraft und zwar am 16. Dezember 2021 und ist befristet bis inklusive 31. Januar 2022. Das sind immer die großen und wichtigen Änderungen. Das heißt, wer als Ungeimpfter jetzt vielleicht für die Weihnachtstage einen Urlaub in Italien geplant hat, Skifahren gehen wollte etc., kann das nun streichen. Das ist nun nicht mehr möglich. Das in aller Kürze zu den Änderungen. Sollte es Neuigkeiten geben, bitte am besten diesen Kanal abonnieren. Dann erfährt ihr sofort, wenn ein neues Video veröffentlicht wird und bitte auch auf unserer Homepage jeslubinisch-magazin.com vorbeischauen. Da ist das auch noch in Schriftform zu finden. Die Beschreibung dazu findest du auch, den Link dazu auch in der Videobeschreibung. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Bis bald. Arrivederci und ciao.